Das will teach ihm. Ja. Ich drücke immer Rechtsklick, um zu essen. Machen wir jetzt ein paar Karetten. Es lässt sich eigentlich ganz gut überleben. Wir achten jetzt mal darauf, ob am nächsten Morgen unser Bart größer wird. Sorry, wäre eigentlich ganz interessant. Oh, die Karotte gibt gut Hunger. Oh, jetzt haben wir so eine Farbe. Also wir brauchen sieben Karotten, um einmal komplett satt zu werden. Das ist viel. Ach, jetzt haben wir keine Axt mehr. Wie sieht es mit unseren Steinen? Ah, mit unseren Steinen sieht es super aus. Genauso wie mit unseren Stöcken. Das ist ja überhaupt kein Problem, das Spiel eigentlich. Ich denke, ich bin eigentlich gar nicht so unfähig im Zocken, solange ich nicht kämpfen muss, oder springen muss, oder mich irgendwie akrobatisch bewegen muss, oder irgendeine Aktion machen muss, die Skiller von einfach nur überleben. Überleben kann ich. Ich denke, darum kann ich auch Minecraft. Das sollte reichen. Die Nacht ist kürzer geworden. Das stimmt, das ist noch gar nicht Full Night. Das ist nur so ein bisschen dämmerig und die Nacht an sich geht scheinbar nur zwei Stunden. Vielleicht wird es gerade Sommer, oder... Ah, es ist Halbmond. Wir haben bisher einen Neumond. Jetzt haben wir es vielleicht deswegen immer ein bisschen heller. Wäre ganz cool. Okay. Wir bleiben einfach mal mit dem Feuer. Haben wir noch irgendwas zu grillen? Nö. Looks sharp. Also wir brauchen den Stinger höchst... Also den Stachel später für irgendwas, nehme ich an. Woher bekommen wir Scheiße für eine Farm? Wissenschaftsmaschine. Die will ich erst aufstellen, wenn wir... Wirklich hier... Ja. Meat, FNG. Resurrect yourself with the power of meat. Aha. Warte, was? Resurrect. Resurrect yourself? Reflexivpronomen... Auf englische Reflexivpronomen sind meine Schwäche. Schiert. Ich glaube, belebe dich wieder, oder? Wäre ein bisschen krank. Also mithilfe der Kraft von Fleisch können wir uns dann wiederbeleben, wenn ich das jetzt... Ich habe das höchstwahrscheinlich falsch verstanden. Resurrect. Ah, Moment, die Tatzen. Stimmt ja. Ich finde das toll, wenn kann ich denn... Oh, wir sind voll. Okay, dann heißt es, keine Bäume mehr fällen hier. Hier ist nochmal so ein Dreckhaufen. Also nach rechts. Schon irgendwie witzlos. Wenn das wirklich ein Bär ist oder so, wir verkacken hoffnungslos gegen den. Ich höre mal noch kurz die Bären hier. Oh, oh, die Bären, weil wir auf Bärenjagd sind und... Ja, okay. Nicht so lustig, wie ich dachte. Oh, schon wieder so ein Gubbelgubbel. Gubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgubbelgub angreifen? Hi, wir wollen ja nichts tun, okay? Wir sind lieb. Was geht? Hi. Ich komme jetzt näher. Och, ist das putzig. Das hat Angst vor uns. Das will uns gar nicht angreifen. Dann töten wir es dafür. Komm her! Oh, das ist so super süß. Ich will es nicht umbringen. Ich dachte, so ein Bär, der jetzt auch irgendwie gegen mich kämpfen würde oder so. Das würde ich voll einsehen, den jetzt umzunieten, aber kein kleines Hornbeast-Mammut-Teil. Jetzt gucken wir mal gerade auf die Karte. Noch so ein Wurmloch haben wir. Wir gehen gerade mal hier weiter nach Norden. Mammutchen, wir wollen ja nichts tun, ne? Wir wollen ja nichts tun. Du bist, du bist zu süß. Das essen wir. Ja, ich, ich will, dass du es isst. Ah, iss es! Stopf dich damit voll! Jetzt haben wir den Shirt erkundet. Das sollten wir... Oh, es gibt noch so Fieber, was wir eigentlich erkunden sollten. Wie groß ist denn diese... Was ist das? Ah, hier sind wir auf der anderen Seite. Ach, die Teile sind verbunden. Ich dachte, das bringt uns nicht in eine andere Welt. Die sind verbunden. Noch so ein Hornfrog. Take this, Hornfrog! Ach, du Scheiße! Äh, äh, äh... Alter, what the fuck! Die Frösche ziehen uns immer das Teil, das wir ganz vorne im Inventar haben, raus. Das ist jetzt mal wenigstens gut zu wissen. Der arme Kerl. Sö. Wir gehen gerade mal immer weiter nach... Was ist das? Ne, ah, das ist noch eine Biene. Es muss jedoch irgendwo was geben, wo man schön wohnen könnte. Irgendwas, das so halbwegs sicher ist. Wie gesagt, möglichst in der Nähe von einem Schweinesoldaten. Dass der uns so ein bisschen protecten kann. Oh, ich sehe gerade unser... Unser Grass Armor ist kaputt. Was haben die Frösche... Wow! Alter, was geht eigentlich hier? What the fuck, digger! What the digger! The digger dick! Wir rennen durch den verwunschenen, bösen Wald. Einfach durch, schnell durch. Okay, wir holen uns, wir holen uns den... roten Pilz. Und essen ihn schnell. I don't feel so good. Oh, der hat uns Leben gezockt. Alter, unser Leben ist... voll unten. Okay, das heißt, wir brauchen Blumen. Oh shit. Ich glaube, es ist gerade relativ nutzlos, ein Feuer zu machen. Solange es regnet. Ich weiß es natürlich nicht, aber... Es erscheint mir leicht unlogisch. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wo das Teil hin ist. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht auf irgendeinen Gegner oder sowas treffen. Das wäre echt ein bisschen unschön. Ah, okay, hier fängt wir mit normaler Wald an. Oh, yes! Die haben Beerenbüsche und Karotten, ja. Wenn jetzt noch der Regen nach... Oh, die haben Karotten, ja. Komm. Oh, scheiße. Karotten. Wir holen uns die Karotten. Wo ist ein bisschen Gras? Wir holen uns ein paar Beeren hier. Ich würde sagen, dann ziehen wir hier hin. Alter, gibt es hier viele Beerenbüsche? Hier falle ich überhaupt nicht auf. Hier, guck mal, wenn ich hier stehe. Siehst du mich? Nein. What the fuck? Jetzt kommt er gleich raus. Moment. Ich werde doch gelacht hier. Weil wir weit genug weg sind. Ach geil, wir sind direkt neben so einem Viechsumpf. Ist ja super. Viechensumpf. Ja, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus hier. Ach, der Weg geht hier so weiter. Ganz toll. Alter, ich hasse diese Teile. Oh, nein, nein! Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Nein! Jetzt hatten wir gerade die Schweinchen gefunden. Och, nö. Kann ich hier jetzt irgendwie... Ich fange jetzt hier ganz vorne an, ne? Nein! Oh, nee. Scheiße, wir hatten... Ich hätte erst essen sollen. Ich hätte erst essen sollen. Nein! Alter, nein. Und die Karte ist jetzt natürlich auch vanished, oder? Ja, super. Aber alles weg. Ach, nein. Irgendwo random. Jetzt hätte ich gerade so ein dummes Schweinedorf gefunden. Da wollte ich doch unbedingt hin. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Oh, nein! Und wir hatten die ganzen Blaupausen und den Shit. Oh, nein. Oh, ich bin so dumm. Shit. Leute, sorry, aber... Ja, dann würde ich sagen... Wir meucheln mal beim nächsten Mal weiter. Ich werde hier jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter zocken. Nur um so ein bisschen wieder hochzukommen. Aber gleich ganz am Anfang so übel zu verkacken gleich. Das war nicht mal richtiges Deutsch. Naja, Leute. Also. Wir sehen uns dann bei der nächsten Session. Ich war es wieder auf 4GoldenOak. Und jo, bis zum nächsten Mal.